Neee Oh Scheiße, wo geht das denn in das Rohr, ey? Warte So Komm, gib mal her Geht zwar die Hälfte daneben, aber macht ja nix, ne? Ja Wie viel war denn, ist denn da drin? 3069, krass Das ist schon ordentlich was Bring erstmal zurück in den Speicher Obwohl, stopp, Fahrzeugtausch Okay Ich will lieber hier meinen schönen Truck fahren Deinen Truck auch noch Hol dir doch gleich den Truck Simulator Weißt du, jetzt hatte ich hier grad so ein Angebot Ich bekomme hier immer Angebote Du könntest mal einen Frontlader mit Gabel oder so holen Ja Und dann? Da könntest du Frontladern bei so Missionen Das ist richtig schwer, das habe ich im Singleplayer gemacht Ohne Scheiße Ich spiele das auch im Singleplayer-Spiel, ne? Und das habe ich gemacht und keine Ahnung War nicht so der Hammer Ich habe eine Idee Lass uns das Getreide mal erst zurückbringen Wenn wir alles geerntet haben Ja Wenn wir so richtig viel haben Dann bekommen wir so viel Kohle, ne? Weißt du, was du holen könntest? So eine Ballenmaschine für Stroh Ja, die ist aber auch feuer, glaube ich Guck doch mal Was? Ja, wie teuer das Ding ist Ja, warte Ballentechnik Ballentechnik Ja, also das Lol Das teuerste kostet 120.000 Ja, läuft doch Ja, soll ich mal kaufen so ein Ding? Ja Dann hast du direkt was zu tun Kannst du hier Ballen machen 50.000 Ja, gut Alle, ich drücke echt zum Sprechen immer Caps Lock, ne? Wegen Funken Ganz stark Ich habe konstante 30 FPS Und das ist zwischendurch trotzdem am laggen, ne? Durch diese Scheiß Verbindung irgendwie Ja, das liegt halt an der Verbindung Aber lassen wir das einfach Ach, warte, ich muss den Anhänger nochmal holen Ja, passt schon Aber mich regt's auf, dass wir grad in der Nacht ernten müssen Scheiß drauf Ja, das ist aber so unlustig Ich bin Nachtarbeiter Ja, Nacktarbeiter Nacktarbeiter, ja Für 15 Euro die Stunde putze ich nackt bei hübschen Frauen Ja Du zahlst da für 15, ne? Nein Ja Ich zahl nur in Naturalien Äh Ich darf auch wenn jetzt jemand meldet, dann mach ich dich aus Nicht nur du, ich mich auch, ey Eiße, Mann, ich fäll' nicht vom Anhänger runter Ist doch nicht mehr lustig, Mann Doch kacke Ey, ich bin gleich fertig, Junge Was da los? Ja, ich komm mal zu dir, ne? Das macht richtig Spaß mit dem Ding Ja Ja, mach mal locker, ich hab ja 60% Ja, machst du mal O an? Nö Dann fahr ich so neben dir her, so wie so ein richtiger Bauer Oh, so richtig seilig So ein richtiger Bauer Alter, das ist schon wieder voll am lagern Ja, fahr auch gegen mich, du Spass Ich block dich Ich guck dich Ja, was machst du denn? Nicht rückwärts, schäm dich Versuch du mal neben mich zu kommen Speicher mal, ne? Hm, merk ich Ja, hab ich doch gesagt Speicher mal Naja Hä, wieso haben wir eigentlich nur vier Alarmanlagen, sag ich schon Äh, Solaranlagen Weil wir nur vier gekauft haben? Lass uns mal mehr kaufen Dann haben wir richtig Geld Ich sag's dir, das ist die Einnahmequelle schlechthin Warte Muss links rum, ich muss links rum Alter, was checkst du an links nicht? Ja, das sagst du ja auch voll früh Verpiss dich Ja, ich muss ja auch in die Kurve fahren, ne? Irgendwie muss ich ja auch um die Runden kommen Hauptsache der Anhänger hat sogar eine gelenkte Hinterachse Ja, logisch Ja, so logisch ist das nicht bei Anhängern Doch, bei technikisierten Techni- Oh mein Gott, Alter, was hab ich grad gesagt? Technikisierten oder so Ey, wie viel kommt denn da noch? Das hört nicht auf, Junge Das wird einfach nicht aufhören Weißt du, wie viel wir haben? Wie viel? Warte Mit dem anderen haben wir ja jetzt schon gleich 11.000 Ja, läuft doch Upala Das war ein bisschen eng Ja So, jetzt noch diese kleine Reihe, die du ja vergessen hast Nö, die hol ich nicht ab Die lassen wir drin bis zum nächsten Mal Spaß Wir pflanzen ja eh wieder Weizen, ne? Mhm Gut Das Gute ist, wenn wir nicht immer wieder Weizen hinbringen Können wir uns erstmal richtig viel sammeln Und dann wenn er teuer ist, zack, alles raus Ist so, gell? Ja, normal Oh, ich muss gleich erstmal was essen, Alter Wie lang nehmen wir auf? Gucken wir mal Gucken wir mal Schau wir mal Schau wir mal Schau wir mal Oh, wie schnell das geht So, hör zu Ja 10.000, ja okay, wir haben 10.400 Weizen Ja, läuft doch Das sind, ja, über 10.000 Euro, ne? Ja, läuft doch richtig Ja, nice Danach, also wir haben jetzt 70.000 Ach, ich kann mal wieder die, ja den Grupper Warte mal, welchen Grupper hast du im Moment? Die sind ganz klein immer noch, den alten Das ist das alte scheiß blaue Schrottding Womit ich jetzt wieder Jahre brauche Okay, park du mal die Geräte ein, platzier sie auf dem Feld und so weiter Ich schau mal was wir gucken, äh was wir machen können in Sachen Grupper Ja Ich kann nicht, ich kann nicht ein, ähm Ah, hat ja jemand geschrieben Flügen hilft wohl Gute Ertragsreichität, keine Ahnung Wie wär's mit 5,5 Metern Arbeitsbreite, das ist doch gut, oder? Als Grupper Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal was größer als jetzt im Moment, ne? Ja, pass auf, kauf ich direkt Zack Ich muss jetzt nur darauf warten, dass du mir den Traktor frei machst Ja gut, ich hab den Grupper verkauft, unseren, und, äh, hol mal den anderen jetzt ab Mhm Weil, das ist jetzt, das ist jetzt auch schon ein großer, dann haben wir eine Düngermaschine Dann fehlt, äh, fehlt nur noch die Sähmaschine, ne große Sähmaschine, und dann haben wir alles Ja, nur noch ne große Sähmaschine Wir sind einfach voll gottlike Ja, immer noch 30.000 Ist so Haben wir eigentlich alle Schuld zurückbezahlt? Äh, weiß ich gar nicht, glaub schon Vielleicht haben wir noch 50.000 offen, das kann sein Aber den größten Teil haben wir mindestens Ich renn mal in die Stadt Weißt du, zum Bankautomaten Ja Du, als nächstes würde ich nämlich ganz gerne vorschlagen, dass wir Also, dass jetzt das nächste, was wir kaufen Ein zweiter von den Riesentraktoren wird Dann haben wir nämlich schon mal die Traktoren und den Mähdrescher und so weiter Und die Anhänger haben wir schon mal alles auf maximale Stufe aufgerüstet dann Ne, wir brauchen noch ne Sähmaschine Ja, aber nach der Sähmaschine und dann noch einen Traktor und dann haben wir erstmal alles Dann können wir noch einen zweiten Anhänger, noch einen zweiten Kober, noch eine zweite Erntemaschine Dann übernimmt jeder ein Feld Genau Und dann machen wir ja richtig, ne Machen wir richtig, Jünger, richtig Wir haben keinen Kredit, wir haben alles zurückbezahlt Ja, läuft doch Wir sind richtig gottlike So, und ich könnte jetzt nochmal so einen richtig heftigen Deutz kaufen Weil Warte Noch 40.000 Und dann leihe ich mir 200.000 Und dann kommen wir erstmal Lass uns erstmal noch mehr Kraftwerke bauen Und sobald wir, äh, die ganze Reihe am Feld mit Solarplatten voll haben Würde ich nämlich ganz gerne das erste Windkraftwerk bauen Weil die Dinger sind richtig krank Mhm Und mein Headset macht Geräusche Ja, hab ich gehört Ja, das ist im Moment, ihr wisst es ja, ne Noch eine Woche So Feld Nummer 28 wird heute fast gleich Das ist wieder das kleine Ding da, glaube ich, ne Feld 28, nein Oh mein Gott, das ist ja richtig groß Ja Oh, das ist direkt bei uns, oh mein Gott Nein, Spaß, das ist dieses Mini-Mini-Mini-Scheiß beim Golfplatz Sag ich doch Ja Ja 20 Kilometer entfernt Ja Na gut, dann kaufe ich als nächstes noch einen Traktor Dann machen wir hier richtig die, die Hallen voll mit Geräten Wirtschaften hier wirklich, also Landwirtschaft und Kohle, Kohle durch Sonne, ne Ich meine, ein Bauer muss auch irgendwie über seine Runden kommen Ja Oh, wie schön hier einbereit Und in der nächsten Episode, äh, machen wir dann Bauer sucht Frau, ne Ja, auf jeden Fall Ja Jetzt heul nicht direkt rum, ich weiß, da habe ich eine Reihe ausgelassen Das ist extra so Weiß, Alter, ich mach das doch genauso Öh Aber hier am Rand hast du noch was vergessen, ne, das ist schon auch cool Ja, ich weiß auch nicht, das Das ist auf der rechten Seite, wenn du das mal guckst, ne Geht das nicht so weit wie auf der linken Seite Hä, vor allem bleibt auch hier mal so ein Haufen übrig, den kannst du nicht wegmachen, ne Geht nur mit Ballentechnik Apropos, du verschwendest hier grad unsere Ballentechnik, Mann Selbst schuld, wenn du kein Ballentechnikisiertes Ding da kaufst Ja, das kostet, dafür brauchen wir noch 10.000 Ach, wenn ich das Ding zurückbringen würde, dann hätten wir das, ehrlich, ne Ja, ist egal, ich kauf mir jetzt gleich erstmal noch einen Traktor Dann kannst du nämlich deine Sachen machen, während ich rumfahre und Getreide wegbringen und sowas, ne Oder während ich hinter dir bin, dann kannst du ernten und ich kann währenddessen, so Ja, ja, jeder weiß, was gemeint ist Ballentechnik machen Zufrieden? Ja Gut So, ähm, ansonsten, lass uns gleich mal Minecraft spielen, ich hab voll die Idee Ja, müssen wir gleich mal anfangen Das Dumme ist halt auch, wir spielen immer Landwirtschaft und Leute, haben da immer voll Bock drauf Wir spielen dann kurz und haben wieder, oder ich zumindest hab dann immer so Ja, ich bekomme, während ich das hier spiele, bekomme ich mal Lust auf andere Spiele Ja, ist so Aber es macht, und wenn ich das dann nicht mehr spiele, dann hab ich den nächsten Tag trotzdem wieder Bock auf Landwirtschaft Weil, weiß nicht, das hat was, das Spiel Ja, ist so, mir macht das auch irgendwie Spaß Ja, ich kann's nicht mal beschreiben, warum, also Ja, cool Ja, cool Ja, einfach cool Ja, nee Was soll ich jetzt machen? Äh, Eierschaukeln oder so Ja, ja, mach das hinterm Haus, ne? Machst ja sowieso immer Ja, klar Warte, weißt du, ich würd gern mal, kann man Third Person gehen? Weiß ich nicht, glaub nicht Ich steh grad auf der Telefonzelle und guck mir diesen grünen Was ist das? Was hier oben drauf klebt Keine Ahnung Guck mal her Ach, das ist ein Telefonhörer Spasti Der sieht richtig scheiße aus Ich chill hier grad auf ner Bank, ne, also wenn du kommst, dann Können wir die richtigen Dinge weitermachen, so Agrar Warte, was ist Agrar Agrar ist doch Agrarindustrie, woher kenn ich das Wort, von SimCity Das ist Agrarindustrie Agrar ist sowas, was wir grade machen Ja, also Landwirtschaft Ja Okay Boah, wie hieß dieses eine, es gibt doch noch so einen Simulator, der so ähnlich heißt, der so ähnlich ist wie der hier Aber so einen richtig krassen Namen hat Agri-Culture Agri-Kultur Simulator, das kann sein Agri-Culture, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, ist ja, heißt ja Landwirtschaft Ja, trotzdem, ey Ist das, ist das nicht das hier? Nein, es ist ein anderes Was ist da so, was geht da so? Ja, keine Ahnung, ich hab's noch nie gespielt, ich hab's nur einmal gelesen Da dachte ich, was geht denn da ab Wieso hat das einen heftigen Namen, oder warum ist das heftig, was meinst du? Ja, der Name einfach nur krass Dafür, dass es sowas ist, so ein Simulator ist Wie der hier, weißt du? Hä? Ja, der Name hört sich einfach falsch scheiße an Das heißt, glaub ich, ich weiß gar nicht, ob das nur Agri-Kultural-Simulator, weiß ich, heißt Ja, okay, ich versteh deine Ahnung Mein Gott, sag einfach nichts mehr, nie mehr Wieso Fachbegriffe, wenn man auch einfach mal Deutsch reden kann? Ja, echt Scheiße, ich hab die Server-Kopuls offen Ja, hast, äh, Faschisten Ja, ich wollte gerade fast, äh, hier, ne? Hast du Faschisten? Hätte ich... Ha, 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 oh mein Gott, ey Gott, der war richtig traurig Der war so traurig Oh mein Gott, das ist richtig traurig, was du gerade gesagt hast Ist so, ne? Ja, aber richtig Ja, ich geh schon Wie Sam Ich hab grad ausgetappt Dürfte vielleicht ein bisschen scheiße sein Nö, hat man gar nicht gemerkt, so Ne, lass mal echt jetzt einen kleinen Cup machen Ja, erstmal will ich das Feld hier noch grubben, Junge Okay, du grubbst, äh, zu Ende und ich sprech kurz mit jemandem Aber der muss sich austappen Nee, du bleibst jetzt so lange noch drin, das sind gleich wieder weg Aber es sind nur zwei Sekunden So ungefähr Ja, gut, dann mach mal weiter, eins Ja, sei ruhig Weil ich gebe ja schon Vollgas hier, Junge Ah, los leg los, leg los, leg los Letzte Reihe jetzt hier Ah, okay, er trollt mich, geil Dimdudududududududududududududum D Dear D Gallen Das hat nichts gebracht Hä? Was soll der Scheiß denn? Das ist ein Bug vom Feld Nein, das ist kein Bug, das krieg ich hin Ja, sieht man ja Stell weg jetzt Warte ab Kurva. Schon scheiße, ne? Was machst du denn? Halt die Schnauze. Ich mach das jetzt. Das muss funktionieren. Wieso bleibt denn das nicht an mir hängen? Weil das cool ist und nicht so wie du. Ja, wieso bleibt das nicht an mir hängen? Ey, Kurva, was ist das für eine Scheiße? Das geht echt nicht, Alter. Ich hab dir grad gesagt, das geht nicht, Alter. Jetzt kommen wir wieder, ey. Mir zu hören ist auch echt überbewertet, ne? Ne, gut. Wir haben jetzt Kohle gemacht. Wir haben wieder 54.000. Haben neue Geräte, haben hier das Feld wieder neu fertig gemacht und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.